Das ist die Ambiano XXL Heißluftfritteuse und obwohl sie 5,5 Liter umfasst, finde ich, kommt das Gerät noch relativ kompakt daher. Was mir gut gefällt, ist das Design, nämlich ein mattes Design. Hier kann ich also auch das mit den Fingern anfassen. Hier habe ich auf gar keinen Fall Fingerabdrücke, also sehr unempfindlich. Das finde ich ganz gut. Die Schublade besteht aus zwei Elementen. Nämlich Innen- und Außenkorb, oder Außenkorb sagt man auch Pfanne dazu. Der Innenkorb, der hat Luftschlitze, auch von den Seiten. Das ist sehr gut, weil dann auch die heiße Luft von den Seiten auf das Gargut kommt und es dann bräunt. Die Pfanne selber ist unten ganz glatt gestaltet. Jetzt packen wir das mal wieder in das Gerät hinein und schauen uns dann auch einmal das Design an. Das ist leider etwas unübersichtlich gestaltet. Man könnte ja jetzt denken, wenn ich jetzt Fisch machen will, drücke ich einfach auf das Fisch-Symbol. Das ist aber nicht der Fall. Ich muss hier erst die Menü-Taste drücken. Und wer jetzt denkt, dass die Menü-Taste auf der rechten Seite ist, weil da hier auch noch Platz ist, und das würde ja auch gut passen zu den vorausgestellten oder voreingestellten Programmen. Das ist aber nicht der Fall. Man findet die Menü-Taste ziemlich versteckt unten links. Man muss die also erst suchen. Und erst, wenn ich dann hier drauf drücke, das mache ich jetzt mal, dann reagiert hier oben entsprechend ein Symbol, welches dann blinkt. Jetzt kann ich aber immer noch nicht hier drücken. Das geht nicht. Da reagiert er nicht. Ich muss also jedes Mal die Menü-Taste drücken, um entsprechend in das Programm zu kommen. Wenn ich jetzt Fisch machen will, muss ich jetzt etliche Male hier drücken, bis ich hier auf Fisch, jetzt blinkt der Fisch, jetzt habe ich meinen Fisch. 180 Grad, übrigens schöne große Symbole und schöne große Zahlen. Das gefällt mir sehr gut. Und hier würde dann vorschlagen, 10 Minuten. Jetzt schalten wir das Gerät mal ein. Und dann hört man auch die Lautstärke. Das sind gemessene 62 Dezibel. Damit zählt das Gerät nicht zu den leisesten. Allerdings gibt es auch noch lautere Geräte. Ich kann hier auch während des Vorgangs eingreifen und sagen, nee, ich will das jetzt noch ein bisschen heißer haben oder ich will doch mehr Zeit. Dann könnte ich jetzt hier mit Plus und Minus entsprechend das einstellen, so wie ich das gerade haben möchte. Ja, das war die Präsentation von mir zur Ambiano Heißluftfritteuse. Und wir sind jetzt hier mit Plus. Vielen Dank.